Hallo, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ganz kurz hier ein Ausschnitt. Ich bin ja gerade dabei, die Weihnachtsfeiertage zu nutzen, um meinen Kanal, um meine Online-Akademie unterstützend zu meinem Skalierungs- und Training, das ich ja im Paket anbiete, meine Kunden, ganz gezielte Kunden, nur Premium-Kunden. Und damit nutze ich jetzt das Member-Spot. Und wenn man das hier mal sieht, habe ich versucht, die ganzen Videos downzuladen. Und das ist gar nicht nötig, weil man hier nämlich eine ganz coole Sache machen kann bei Member-Spot. Man kann hier sagen, okay, dieses ganze Kapitel hier duplizieren und dann kann man sich hier den Kurs aussuchen, in dem Fall als Gelingenstränge 5.0 für IT-Experten, dann einfach bestätigen. Und dann zieht es den kompletten, das komplette Kapitel hier rüber. Also es war vorher noch nicht da, Kopie. Also, ja, und ich habe da irgendwie gestern versucht hier, bis meine Festplatte voll war. Ist völlig unnötig. Man hat immer wieder dazu. Also bei Member-Spot ganz einfach mit zwei oder drei Klicks kann man einfach, wenn man zum Beispiel seinen Online-Kurs überarbeitet, aus alten Lektionen oder Kursen sogar komplette Kapitel rüberziehen oder einfach mit drei Klicks kopieren. Also, naja. Also immer erst mal, erst mal, ja, Lösungsfindung und dann operativ. Na, da bin ich meistens etwas zustimmig. Und von daher, da kann man sich eine Menge Zeit sparen, wenn man erst mal schaut, okay, was hat denn dieses Programm noch alles für geile Features. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag oder Feiertag.